Sicher habt ihr es schon gehört, die Apothekentour geht los. Bis zu 20 führende Hersteller präsentieren ihre Top-Marken, Produktneuheiten und Innovationen zum Anfassen sowie Infos in Live-Vorträgen. Wer ein Anliegen hat, findet hier die richtige Ansprechpartnerin oder den richtigen Ansprechpartner. Und los geht's am 7. und 8. Mai hier im Vollgutlager in Berlin. Bis in den Herbst ist die Apothekentour in insgesamt zehn Städten zu Gast. Immer am Wochenende und immer in so spektakulären Locations wie dieser hier. Am Ende des Besuchs wartet eine prall gefüllte Goodie-Bag auf dich mit den Top-Marken unserer Tourpartner. Tausende TeilnehmerInnen werden erwartet. Der Eindruck ist frei, aber die Plätze sind limitiert. Die Apotheken Roadshow bringt die Apothekenmarken direkt in deine Stadt, aber nur einmal in diesem Jahr. Es lohnt sich also schnell zu sein. Jetzt gleich anmelden unter www.apothekentour.de. Wir freuen uns auf euch! Pro-Mark W Untertitelung des ZDF, 2020